Ich muss euch noch erzählen, dieses Zusammenlaufen. Eins der wichtigsten Sachen meiner Meinung nach in diesem Spiel. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen Zorro-like unterwegs. Das klingt ja aber nix. Weil gegen jedes Team wirst du verlieren, gegen jeden guten Spieler wirst du verlieren. Außer es empuppt sich, dass du der beste Spieler der Welt bist. Ah, da glaub ich noch nicht an den Strand. Ich würd gern dran glauben. Hier, Sulf und Metal nehmen alles mit. Backup gehen bitte. Wir gehen den üblichen Weg, hier so links lang. Ich geh hoch und guck mit der Sniper. Ich muss sagen, ich hab mir für Launchzeit schon so einen kleinen Plan gebaut. Für Launchzeit kämpfe ich richtig gerne. Ich mein, ich hab auch so oft gekämpft, dass ich mich hier auch sehr sicher fühle. Erstes Gebäude ist clean, zweites sehe ich noch nicht. Löcher sehen clean aus. Ja, hier hat jemand gelootet. Auf wen? Auf euch? Ich glaube nicht, oder? Nein, nein. Nein, nein. Weil das war auf das Gebäude, ne? Vor uns. Ja. Ja, hier läuft er mit Launchzeit noch. Wo? Läuft hier unten. Wo ist es hier? Ja, zwei Leute, zwei Leute. Ja. Ja. Einer war superaub. Ich weiß nicht, ob wir das überlebt haben. Einer down. Einer down. Panzer von links, pass auf. Pass auf. Pass auf. Ich gehe hier auf dem Turm. Einer ist hier noch, ne? Aufpassen, Jungs. Ja. Nein. Geht ihr den? Ich. Ich hoffe nicht. Er ist verdammt. Unter dem Silo. 100. Der Bank vom Silo fährt nicht runter. Alles gut. Darf ich den zu rushen? Ich weiß nicht, ob der Panzer noch nicht geht. Ich will es nicht los hören. Der Panzer geht wahrscheinlich glatt auf mich. Ich bin runter gegangen. Kann sein, dass der Panzer den platt gemacht hat. Hoffen wir mal. Der Panzer kommt. Auf ihn. Raus. Auf ihn. Habt ihr den oder nicht? Hier bei mir auch noch. Wo? Alter, ich sehe ihn. Er hat zwei Hits an der Wand. Nach links weggelaufen. Nein, der Puschen wird. Drei Leute. Einer down. Lass gegen pushen, Jungs. Lass gegen pushen, Jungs. Lass gegen pushen. Let's go. Halt. Halt. Warte noch kurz. Halt. 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 Er kommt schnell wieder. Ja, ich will nicht. Asman hier zusammen. Die beballern sich gegenseitig. Die wissen nicht, da sind zwei Teams. Hier sind noch zwei über. Wer ist hier hinter mir? Ich sehe einen. Hattenhit. Wo bleibt ihr? Ja, ich komme. Tracen hat mich in den Schuhe rollt. Was hat der? Der hat mich gerollt. Das waren Steps und irgendwelche komischen Geräusche vor der Base. Ich wusste ja, ob ich raus kann. Und der hat mir geantwortet. Noch ein Spieler-Tot? Ich pushe jetzt. Ich pushe jetzt. Ich komme. Warte noch. Bin gleich da. Ich brauche hier Hilfe. Sherlock, komm zu mir. Hast du noch Spritzen? Ich habe... Ne, ich... Ich habe extra ein paar eingepackt, falls du neue brauchst. Hattenhit. Ich bin hinter dir. Läuft weg. Hattenzweitenhit. Fliegt. Fliegt. Könnte noch einer irgendwo sein. Auf dem Teil liegt eine Spritze? Ich habe Spritzen, alles gut. Ich weiß ja nicht, wie viel du schon benutzen musstest. Ja, hier liegen über Leichen. Ich glaube, alle sind tot. Ich brauche einen, der hier noch mit mir Deckung gibt, dass ich hier snipen kann. Na, dann komme ich wieder zurück und gebe dir Backup. Das ist so eine Helligkeit, wo ich nichts sehe, weil ich so eine Nachtschwächte habe. Du guckst ein bisschen mit, ja? Kann ich gerne machen. Vor allem nach hinten ist wichtig, dass wir nicht von hinten weg gepusht werden. Okay. Ähm. Da hinten ist einer. Headshot down. Welcher ist hier? Äh, hinter der Wand. 2,95. Müsste down sein. Ich habe Headshot gegeben. Ich weiß nicht, ob er down ist. Ja, der liegt, der liegt, der liegt. Loote da. Ähm. Längs von dir, Biest. Erstmal. Geh erstmal links. Ich weiß nicht, wo ich ihn einhabe. Hinter uns kommt Maid, nicht verstecken. Längst von dir. Genau da lang. Längst. Glätte aus. Glätte aus. Glätte aus. Lauf rechts. 90 Blatt rechts. Und lauf einfach. Ich sag dir, wann du aufhörst zu laufen. Ich sehe dich nicht nochmal. 90 Blatt rechts. 5 Palmen vor dir. Alter. Der ist Full Gear. Maid kommt ihm helfen. Sherlock, geh hin. Mit Looten. Such die Leute ab. Ja. Hier muss einer Looten. Der hat so viel geworfen. 5 Palmen stellen. Geil. Dann kommt zurück. Bring uns die Sachen. Moni voll in den Flüeren. Ey, Moni hab ich erst weiter geboren. Ja, Moni glaub ich gleich auch noch ein bisschen. Moni checkt nach hinten ab, ne? Ja, da kommt noch weiter. Einfach in die Richtung. Kommst zu uns? Zäh, bloß hier nicht hinterm Felsen. Rechts, links. Von dir da. Ja, das dann felsch einfach. Aber die hören wir eventuell. Die können nicht beide killen. Äh. Ich komm nach unten. Drop schonmal alles. Drop schonmal alles. Drop schonmal alles. Drop Waffen und so. Okay. Drop, 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 drop. Ja, weißt du. Wo ich wo war. Okay. Äh. Geh. Looten. Und zwar. Lauf an der Wand entlang diesmal. Lauf an der Wand entlang. Ich glaub ich hab hier. Ich glaub ich hab hier. Achso, das stelle ich. Hier spiele an Felsen. Hier. Ja. Wo? Hier. Zwei. Zwei. Ne. Da wird er frei jetzt schon. Okay. Halt den im Schacht. Ich rüschen. Der erste oder zweite Stein. Das erste. Ist down. Ich loot. Äh. Bleib rum, bleib rum. Gib Decken. Äh. Sherlock geht weiter auf vorne looten. Schon gesehen? Guck du weiter nach hinten. Okay. Okay. Sherlock geht weiter vorne looten. Okay komm wir gehen eigentlich zusammen. Ich glaub wir haben alle. Komm mit. Wir gehen als Team. Weil ich weiß wo ich noch mehr gekillt hab. Einer bitte hier scouten. Rechts rein laufen. Abchecken. Alles innerhalb. Abchecken bitte. An den Turm richtiger? Ne Turm nicht. Nur das Turbe blende. Sieht sauber aus. Ja. Noch ne semi. Hier wo ich stehe da ist noch ein bisschen Luft drin. Ne. Ich weiß wo noch ein Buddy ist. Folg mir. Ich geh ihm hier aufs Dach. Einer genau vorne geht weiter aus an der Wand. Schieß nicht auf uns. Schieß random in die Luft. Die schießen random in die Luft. Die wollen baiten. Aber jede Base damit geraten. Hier an der Wand. Linke Seite. Wer ist hier unter mir? Ich sehe es ja. Routen. Das ist ein Shotgun und wahrscheinlich. Panzer kommt. Panzer kommt. Hast du gelootet? Dann gehen wir weg. Na ja. Na klar. Gehen wir weg. Alles klar. Schöner Fight. Ja. Jungs. Wir haben Teamfight gewonnen. Was ist aus uns gewonnen? Bisher wurden wir immer abgefarmt. Aber langsam gehts bergauf. Sind zwar Billups. Obwohl. Sind gar nicht so. Der Skin sieht geil aus. Ich geh wieder auf meine Dingsbums. Wer hat eigentlich das angecallt? Wer hat einer gesagt. Hier läuft einer mit einer Shotgun. Hier läuft einer mit einer Shotgun. Keiner wusste wo er hier ist. Booyah war das. Ich hab gleich Koordinaten noch dazu. 170. Ein Spieler. Keine Hassmann Suit. Ist links vom Grinder das Gebäude. Dahinter gelaufen gerade. Ich bleib mal hier oben. Ich guck mal wie viele das sonst noch sind. Das ist links hinter dem Grinder Gebäude. Lass zusammenlaufen Jungs. Geht nicht da durch die Mitte alleine. Der wird euch ja sehen. Lass links an der Mauer entlang laufen. Hallo zusammenlaufen. Hier ist ein Wildschwein. Hier ist Loot. Komm mit, komm mit, komm mit. Achtung Wildschwein an der Mauer. Ja wie kriegen wir das weg? Hab Sperre. Ja macht was ihm down, macht was ihm down. Das wird weg, das wird weg, das wird weg. Ja dann kommt, dann kommt. Jungs, Minimum ein Spieler. Passt vor allem auf die Däsche auf. Achtung, nicht vom Tank beschließen müssen. Ich schieße auf meine Däute. Ich schieße auf meine Däute. Ich schieße auf meine Däute. Ne, ne. Ok, das ist gut. Komm mit, komm mit. In einem der Gebäude glaube ich. Wir looten später, gleich erstmal hoch. Zwei können links außen entlang gehen. Ich gebe den Scheiß. Ich bin außen. Die werden uns gehört haben. Ich schaue auf. Wohin ballert der? Ah, die haben die grüne Tür aufgemacht. Die wollen hoch gehen. Ich habe den Panzer durch den Bosch nicht gesehen. Hat er dich erwischt? Ja, ich bin gut. Ein Marder selber Jungs. Wir können nicht immer gegen Panzer sterben. Ein Spieler Jungs, denke ich dann. Minimum ein Spieler. Die grüne Tür ist offen. Keine green door checken. Links oben. Dieses kleine Gebäude. Wo man den Schalter aktiviert. Ja, ich sehe einen. Zwei. Einer down. Bitter blauen Container. Ich pushe. Hier ist der blauen Wagen hinter dir. Ist das immer noch? Ich denke. Hab ich ihn nicht weglaufen gesehen? Ne, ich sehe den noch nicht. Der ist weg, der ist weg. Okay, ich weiß nicht wohin. So ein teammate ist down. Der könnte im Grindr Gebäude sein. Kann er ein Grindr Gebäude checken? Ja, ich gehe auf. Halt jetzt auf zwei Seiten. Doch ein Spieler down. War nicht der. Grindr Gebäude checken Jungs. Der hat eine MP. Der ist zum Nahkampf sehr, sehr stark. Meiner Gebäude sieht selten aus. Ist keiner mehr. Okay. Ähm. Wir wollen nicht. Dann lootet mal den Einspieler. Der liegt hier mitten auf der Straße. Scher-lootet den? Scher-lootet den? Einspieler ist mit der MP weggelaufen. Pass auf. Zwei Spieler hinter uns, wo wir lang gegangen sind. Gehen grad rüber. Hast man's gut. Drei Spieler. Einer hat nen Hit. Einer hat nen Hit. Einer von dir. Hab mega lecker gehabt Jungs. Die sind hinter dem Gebäude, wo ihr gekommen sind. Einer hab ich. Einer hat's down. Einer hat's down. Einer hat's down. Einer hat's gesniped. Ich weiß nicht. Aber der hat ne Billow-Waffe. Ja, ich seh ihn. Ach, der hat mir ein Double-Headshot gegeben, Alter. Ich weiß nicht, wo der lang geht. Läuft nach rechts, links. Läuft quer drüber. Ich werd abgeballert. Oben? Ja, oben bei mir. Noch mehr, noch mehr Leute, Jungs. Ich brauch Deckung. Komm mal, ich komm mal. Ja, oben. Hä? Da sind zwei Leute auf dem Dach. Einer hat's. Einer hat's. Einer hat's. Down. Ich lieg da noch verwundet. Draußen. Ja, komm mal. Gib mir Backup. Ja. Ich hab die beschissenste Position, die man haben kann in dem Game Club. Panzer, 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 Panzer. Panzer, Panzer, Panzer. Okay, ich bin quer über der Mitte. Aber ich hätte den Alba einen hier auch wegballern können, dass er mir sofort zwei oder drei Headys gegeben hat. Das hat weh getan. Sherlock, geht rein? Nein, da ist keiner. Ich geh zum Red Tower jetzt. Dächer hast du abgecheckt? Dächer ist keiner. Aus dem Mauer läuft einer. Bin ich, bin ich, bin ich. Ja, die haben die Waffen von mir genommen, sind abgedüst. Ich geh zum Red Tower und gucke von da noch einmal. Boah, Lulli, die lachen noch das Segen rum. Habt ihr die alle gelootet jetzt? Ja, die haben die Waffen genommen und abgehauen. Spieler. Wo? 235. Zwei Leute. Da sind die, da sind die. Komm mal. Oh ja, das ist so dumm. Der hat eine gleiche Schild. Der hat eine gleiche Schild. Geschenke sind ein bisschen hart verfeilt. Nee, ist gut. Sind vorne Haupteingang, komm gleich rein. Jo. Checkt einer bitte nach Osten ab. Von euch. Sorry. Jason, check nach Osten ab. Wo ich dich bewollert hab. Sind die schon drin oder nicht? Einer von denen müssen. Beide hier an der Mauer. Beide hier an der Mauer. 250. 250. Ich gucke da raus. Was ist das beim Haupteingang? Einer drinnen. Einer drinnen. Haupteingang. Einer drinnen. Hatten hit. Zwei hit. Einer down. Wo ist der zweite? An der Mauer stand der noch. Einer down von denen. Einer drinnen. Drauf nach der Mauer. Südwest. Ich fang den ab. Am Haupteingang. Mauer südwest. Ist er schon am Haupteingang oder noch nicht? Mate. Haupteingang oder noch nicht? Ja. Harten hit. Halt. Hab den erledigt nicht, dass der noch aufsteht. Ich bin down, Mann. Ein HP hat der. Kann er ja den pushen. Ein HP. Der hat sich noch nicht geheilt. Am Haupteingang. Ja, ich geh rein. Steps. Die Mauer links. Wo wir herkommen? Ne. Hier rechts. Slice ab. Längst und rechts ist immer so eine... Zwei Deuter. Hälsch ihm hoch. Hälsch ihm hoch. Hälsch ihm hoch. Hälsch ihm hoch. Halt. 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 Deine Simi. Jungs, ihr könnt ihr von der Seite jetzt beschießen. Ich muss mich heilen. Da sind's ja noch zwei Mails. Ich hoffe, da sind wir zwei Mails. Ich werd noch von der anderen Seite beballert. Jungs, wo seid ihr denn bitte? Das grüner Haus. Der taus mit der Green Card, wo die Düne draußen ist. Halt. 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 Wann ich der letzte, der lebt? Nein, ich lebe auch noch. Einer kommt in mein Gebäude rein. Kannst du mir Deckung geben? Ja. Bist du da hinten? Ich habe einen Spieler down, zwei sind down, ich weiß nicht wie viel das waren, weil ich habe keine Ansagen außer zwei Leute gehört, aber ich werde nur von einer anderen Seite beballert. Ich sehe noch zwei Leute, drei Leute, Mauer, einer down, fuck ich kann nicht schießen, einer down, Tracen komm mal hin, komm mal hin, auf die andere Seite, zwei down, einer lebt nur noch von denen, haben aber Bogen, also komm mal die Waffen looten. Was machst Tracen? Der war auf der anderen Seite, im Gebäude. Wo? Unten oder oben? Wo schießt der? Jungs, lauf dir hin, lauf dir hin, nicht. Der 120. Ach komm schon. Der 120? Ja. Kann ich nichts machen. Hat nen Hit. Hab verkackt. Das war low von mir. Kann sein, dass hier unten der Typ die Waffen alle jetzt durchlootet, dann habe ich die Arschkarte, so was ich jetzt über die beschissene Position habe. Da sag ich doch, dass wir von oben kommen. Da sag ich doch, dass wir von oben kommen. Da sag ich doch, dass wir von oben kommen. Töcher. Da wird alles noch mitgegungen. Töcher. 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 Wo denn? Jungs, ich brauch wirklich Hilfe hier. Ich hab nix mehr an Medicstuff. Ich habe nix mehr an Medicstuff. Ich kann ausbilden. Drop mir, drop mir, drop mir Trace-Medic, bitte. Ich hab keine. Oh, ich hab drei HP. Jungs. Und ich blute noch. Wahrscheinlich werde ich sogar ausbluten. Hier, komm, komm, komm. Drop mir, drop mir schnell. Ich kann nicht kommen, Trace-Medic. Ich hab 30 HP. Im Gebäude? Wo bist du? Auf n Spielagete. Panzer kommt. Ich weiß, wo er ist. Ich muss ihn halt pushen. Ich werde sonst sterben. Wir haben ja so einen drucken. Ja. Ich bin jetzt wieder. Kannst du mal runter. Ich kann alles anfangen. Ich kann das nicht anfangen. Ich kann den Puff in der blachen. Ich kann nicht anfangen. Ich kann das nicht anfangen. Ich kann dich noch angreifen. Wo? Draußen Er kommt gleich zu dir hoch Zu mir? Zu dir hoch, ja Hat er mich gesehen? Ich glaube schon, weil er ist auf dich zugelaufen Duftbohnen Da liegen überall Waffen Jetzt versucht taktisch ein bisschen besser zu stehen, dass er nicht down geht Geht zu uns, geht zu uns, glaube ich Ich glaube auch Down Hat ein Crossbow nur Das ist clear Ich weiß nicht, ob das Busen bringt Ich weiß nicht, ob das Busen bringt Habt ihr Taschenlampen? Leider nicht, ich müsste jetzt schnell los Wo? Im Gebäude oder wo? Ansage Ja Es kommt keine Ansage Mate stirbt ohne Ansage Komm zurück Was können sie denn? Draußen Draußen Ich seh Ja lass weg Wir gehen weg Mate Wir gehen Wir gehen Wir gehen